Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video, heute mit der Juli-Ausgabe des FIVE Magazins, die wieder drei coole Extras für die Sammler der LEGO Trading Cards bereithält. Und damit Hallo zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir heute mal einen Blick in die aktuelle Ausgabe des FIVE Magazins werfen wollen. Das ist, wie ihr hier rechts oben sehen könnt, die Ausgabe Nummer 7 für den Juli 2019, gibt es zum Preis von 3,99 Euro in Deutschland und wir holen sie direkt mal aus der Folie raus. Dann spiegelt das Ganze nämlich auch nicht mehr so und es lässt sich alles ein bisschen besser erkennen. Drei coole Extras sind hier angekündigt und ihr seht sie eigentlich auch alle schon hier vorne drauf. Fünf LEGO Ninjago Sammelkarten, also ein kompletter Booster, genauso wie ein Booster von den LEGO Batman Sammelkarten. Und aus dem LEGO Batman Sammelkartenspiel die Limited Edition Card Nummer 5 Green Lantern, den es wie immer bei solchen Limited Edition Cards nur exklusiv in dieser Zeitschrift gibt. Bevor wir zu den Extras kommen, werfen wir mal schnell einen Blick in die Zeitschrift und ich denke, das klappt auch ganz gut, wenn die Extras noch vorne drauf sind. Hier also zunächst mal der Blick ins Inhaltsverzeichnis, dann die Seite mit den News. Danach geht es mit den Top Storys weiter, zum Beispiel wie es mit den Avengers weitergeht. Da solltet ihr natürlich nicht weiterlesen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Dann geht es um den Super Mario Maker 2. Dann eine Doppelseite zum neuen Zelda Spiel. Weiter geht es anschließend mit Garmadon und alles, was man über ihn wissen muss. Das Ganze anhand eines schönen Zeitstrahls, sodass man das auch entsprechend einordnen kann, wann was passiert ist. Dann ein paar Infos zu den stärksten Karten aus dem Lego Batman Sammelkartenspiel. Wenn ihr die also zu eurer Sammlung erzählt, dann seid ihr glaube ich kaum noch schlagbar. Dann sind wir bei den Postern schon angekommen. Super Mario Maker 2 Poster haben wir. Ein Spider-Man Poster gibt es. Garmadon darf natürlich nicht fehlen. Genauso wie der Lego Batman, wenn das Sammelkartenspiel schon so groß hier im Heft gefeatured wird. Dann haben wir noch Lloyd auf der anderen Seite des Garmadon Posters. Die Rückseite von Spider-Man und Cadence of Hyrule. Das Poster zum neuen Zelda Spiel. Dann die 5 Tipps. Das Quiz, um herauszufinden, welche Mutant ihr seid. Sicherlich auch sehr interessant, was da rauskommt. Comic gehört natürlich zu jedem guten Magazin auch dazu. Dann noch der Blick auf ein paar neue Lego-Sets. Dass Pets 2 jetzt im Kino ist, darf natürlich auch nicht fehlen. Dann noch der Vergleich Jean Grey vs. Antone. Und zum Abschluss der Ausblick auf die nächste Ausgabe, die am 25. Juli erscheint. Und auch die hat wieder tolle Extras dabei. Ein Booster der Lego Batman Sammelkarten. Dazu 30 Lego Ninjago Kartenhöhlen. Und natürlich ganz wichtig, die limitierte Karte Nummer 18 mit Harley Quinn. Das ist also der Blick ins Magazin. Und jetzt machen wir unsere Extras noch ab, um da natürlich noch rein zu gucken. Das geht wie immer bei den Blue Ocean Magazinen relativ gut. Da hier nicht so ein starker Kleber verwendet wird, wie wir es teilweise von anderen kennen. So dass wir auch unsere Limited Edition Karte relativ einfach runterkriegen. Und auch von der Zeitung, das seht ihr hier, bekommt man diesen Kleber, wenn man ihn runterrollt, relativ einfach wieder ab. So, legen wir unser Magazin mal links an den Rand, dass wir ein bisschen Platz haben. Werfen vielleicht zuerst nochmal einen Blick aus der Nähe auf die Green Lantern Limited Edition Karte. Die mit ihrem goldenen Rand und den Holo-Effekten im Hintergrund wunderbar funkelt. Und dann bleiben wir am besten gleich im Thema und machen den Boost mit den Lego Batman Karten auf. Haben hier zunächst die Spielregeln. So, dann können wir eigentlich immer umdrehen. Beginnen mit Kid Flash. Dann haben wir Aris. Eine Puzzle Karte. Dann haben wir Mighty Micros Doomsday. Und unsere Spezialkarte ist Gorilla Groot. Und die hat auch wieder einen wunderbaren Effekt. Wenn ihr sie im Licht bewegt. Also, da schon mal eine lohnenswerte Ausbeute aus dem Lego Batman Booster. Und jetzt schauen wir in den Booster der Lego Ninjago Trading Cards Serie 4 rein. Beginnen dort mit Legacy J. Dann haben wir die wütende Pythor. Dann haben wir die wütende Pythor. Dann eine Puzzle Karte. Ich bin hierzu Nia als Fahrzeugkarte. Und unsere Spezialkarte ist die böse Heavy Metal. Auch wieder in Silber mit Holo-Effekt im Hintergrund. Ja, und damit habt ihr die komplette Ausbeute aus den drei Extras dieses Five Magazins auf dem Tisch. Und seht somit, was euch erwarten kann, wenn ihr euch dieses Five Magazin zulegt. Für alle Sammler der Limited Edition Cards ja ohnehin ein Pflichtkauf. Zeit dafür habt ihr noch bis zum 24. Juli, bevor dann einen Tag später die August-Ausgabe erscheint. Ich hoffe, ich konnte euch damit alles an Infos mitgeben, was man zu dieser Juli-Ausgabe des Five Magazins braucht. Würde mich freuen, wenn ihr dem Video dafür noch ein Däumchen nach oben dalasst. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht regelmäßig dabei seid künftig, aber solche Videos nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns zu einem der nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.